Hallo, wie Sie sehen, sehen Sie nichts. Noch nicht, aber gleich. Und bitte schauen Sie sich um, denn es gibt überall rundherum, um Sie einiges zu entdecken. Links, rechts, oben, unten, vorne, hinten. Und jetzt viel Spaß beim Umschauen. Genießen Sie unsere Präsentation. Hallo, da sind Sie ja schon. Willkommen im Chemiepark Gehendorf. Gerade rechtzeitig zu einer Revisionsbesprechung. Ich werde Sie heute begleiten. Eine unserer Hauptleistungen ist die komplette Planung und Ausführung von Anlagenrevisionen. Hierbei müssen unzählige Faktoren bedacht und auch schwer vorhersehbares mit eingeplant werden. Denn eine präzise Terminplanung ist das A und O. Diese Phase dauert oft ein ganzes Jahr. Das hier ist eine unserer Produktionshallen. Hier werden die Rohrleitungen gefertigt, die anschließend verbaut werden. Der ganze Prozess folgt einer digitalen Kette und ist papierlos. Sie können sich vorstellen, wie wichtig die Qualitätssicherung in diesem Bereich ist. Alle Schweißnähte werden einzeln überprüft und abgenommen. Wenn die Rohre verbaut sind und die Chemikalien teils unter hohem Druck durch die Leitungen fließen, muss alles dicht sein. Zu 100 Prozent. Im Kontrollzentrum wird alles penibel überwacht. Sobald es zu einer Unregelmäßigkeit kommt, wird hier entschieden, was zu tun ist. Wir nennen das Condition Monitoring. Alle Maßnahmen werden von hier aus dirigiert und wir sind mit unseren Kunden digital vernetzt. Wir befinden uns hier im Kompressoraum einer der großen Chemieanlagen am Standort Gehendorf. Hier werden explosive Stoffe verarbeitet und deshalb ist es wichtig, dass diese Anlagen regelmäßig überprüft werden. Jetzt sind wir mitten in einer solchen Revision, die minutiös geplant ist über einen Zeitraum von einem Jahr, damit alle Gewerke ineinander greifen und diese Anlage so früh wie möglich wieder in Betrieb gehen kann. Was die Mitarbeiter hier leisten, ist Millimeterarbeit mit etlichen tonnenschweren Bauteilen. Auf dem Werkgelände des Chemiepark Gendorf sind unterschiedliche Unternehmen der chemischen Industrie angesiedelt. Alles läuft hier parallel und vieles greift ineinander. Zentral koordiniert und optimal aufeinander abgestimmt. Das ist es, was Infrasurf im Chemiepark Gendorf für die Unternehmen leistet. Und so kann sich jeder auf sein Spezialgebiet konzentrieren. Ich hoffe, wir konnten Ihnen einen Eindruck vermitteln, was wir für unsere Kunden an diesem Standort alles leisten. Hier habe ich noch eine Broschüre für Sie. Bis zum nächsten Mal. Und nach dem Absetzen der Brille wünschen wir Ihnen noch einen schönen Tag. Auf Wiedersehen. Dann andere schauen Sie anmiere Sie mir. Moment. Hier schildern Sie bitte. 日